ich bin jetzt neben dir ich bin jetzt neben dir nicht ganz ich bin schon lang vor dir du kannst rüberziehen nein jetzt ist es vorbei ich bin jetzt 200 meter vor dir jetzt erst zwei meter vor mir ja ich bin jetzt an dem schildern im parkplatz ich bin jetzt dran ich bin weil ich bin jetzt bei den fahren jetzt geht es mir ich glaube ich glaube einfach dass der wo hinten ist der falsch angezeigt wird wir müssen ja abbiegen ja ich werde geradeaus weitergefahren die könnte mit vollgas nehmen das ist eine schlinge kurbel ja ja na gut ja gut dann ist er ab und bin ich gerade vor dem rasen fest und voll weg rutscht so wie ich weg rutscht und fast ja also wenn man jetzt noch das geräusch ausstellen würde dass wenn man über den streifen fährt kein geräusch kriegt kann man machen echt wie ja ein einspielen einfach unter audio ein schlimmen oder unter gameplay war es genauso wie du auch den piepton ausstellst der ist aber geil der gehört dazu nein da ist eine werkstatt wird sind dann nein wieso jetzt was macht er da wer denn der folge ich hatte jason warum denn klar ja okay ich fahr kurz in werkstatt ok jetzt ist dann mal jason dann kommt sie weg deck mich einer ohne witz ich bin kurz bei Lillen die Werkstatt reingefangen ja ich war auch gleich gut hier sammeln zu zweit ohne Witz kommt der Vögel einfach rausgeschossen mehrmals für die Fortschritte dann leckte auch noch um mir war es nicht vor allem bei mir kommt er gar keinen Weg er kam es in der also gut ich bin fertig wenn man nicht und die Funktion gewollt und zu der Werkstatt ich warte hier auf dich ich habe Echo bei dir echt jetzt? ja immer noch? wenn du redest dann habe ich ein Echo oh gut ich muss wegen dem Mikrofon sagen arg empfindlich wann kommst du denn? ich bin gerade im Geistverkehr ah ja ich seh dich ich steh da Motorfehlfunktion yeah oh rote Ampel leckt mich ich stell mir mein Motor aus und speich Sprit also wie das jucken würde ich werde weiter Tomatzen deck session deck und deck Und Gas! Oh, Gas! Oh, bist du da? Ja! Oh Gott, fahren wir weiter. Du musst die Info nehmen, man legt nicht in den Kreisverkehr rein. Ich mir's scheißegal. In Irland macht man's so. In Irland, wir sind aber in Deutschland. Nee, wir sind in Frankreich. Nee, aber wir sind in Deutschland, hier. Gerade im Moment. Wir sitzen in Deutschland. Brems nicht! Warum? Junge, weißt du, wie eng das Ding ist? Oh fuck! Du bist jetzt neben mir, Paddy. Bin jetzt an die vorbei, fast. Nein, nein. Fahr nicht rüber, fahr nicht rüber. Jetzt fahr rüber. Okay, ich bin jetzt 200 Meter von dir weg. Nee, du bist jetzt direkt vor meiner Schnauze rübergefahren. Ich schüchte mal den grünen Frosch da hinten ein. Warte, ich fahr... Ja, komm. Lass mit dem spielen. Ja, okay. Lass ihn mal überholen. Ja, fahr rechts. Junge, was macht jetzt hier halt noch? Jetzt rüber. Sie rüber! Okay, jetzt kommen wir uns ein. Jetzt gib mal Gas. Hoffentlich biegt er nicht ab. Nein, mach der nicht geil. Bitte, bleib rechts, bitte bleib rechts. Achso. Sag mir mal nicht, wo du vorbei bist. Immer noch nicht. Nein. Jetzt. Oh Gott. Ich hab grad bei mir geleckt. Nee, dort ist eine, dort ist eine. Echt? Ja. Okay. Der mäßt sich irgendwie gegen uns. Ich fahr grad 100 und der überholt mich. What? Ich erkepp dir. Ich blink jetzt mal links. Der Lappen. Ich hab den nicht gesehen. Echt nicht? Natürlich hab ich den gesehen, das war ironisch. Also, ja, du hast ihn nicht gesehen. Der ist von links in die Leitplanky rein, glaub ich, gell? Hm, ich hab's gesehen. Vor allem, das geile ist, der war noch, der war noch 100 Meter hinter mir. Echt jetzt? Ja. Ey, der war direkt hinter dir. Ne, der war noch 100 Meter hinter mir. Ich glaub, bei dir wird das anders angezeigt, als bei uns allen. oder den anderen, ey. Ich glaub, bei jedem wird das anders angezeigt. Oh, der war, bei mir war der auch genau hinter dir. Wie, er selbst oder was? Ja, er war auch bei mir genau hinter dir. Ach so. Also, der grüne Frosch, der grüne Frosch ist runtergefahren. Oh, Achtung, Radarkontrolle. Na mal. Achtung, 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 sehr scharfe, sehr scharfe Kurve. Bremsen, auf jeden Fall bremsen. Oh, die geht ja noch. Echt, ich bin auf drei Reifen gefahren. Ich nicht. Kommt der eigentlich wieder, oder hängt der immer noch in der Leitplanke? Fuck, wir müssen hier runter. Nein! Wir sind vorbeigefahren. Ja, ich hab mit dir geschwätzt. Ich fahrts einfach die Ausfahrt, die Ausfahrt fahr ich jetzt hoch. Ne, warte, ich fahr einfach hier. Jawoll, du kannst hier auf die andere Fahrspur wechseln. Ich komm jetzt von der anderen Seite. Na ja, mach das. Bist du schon oben? Bist du schon oben? Hinten oder hoch? Ah. Ja, warte auf mich. Ah ja. Mal schauen. Ich bin mir gespannt, ob man da zusammen auf einen Zug fahren kann. Wenn man direkt überdient, ob man direkt geportet ist. Ich weiß schon. Das Geile wird jetzt, sich umzustellen. Hm. Andere Frage. Welches Gleis müssen wir aus Mittelerke, oder? Da, wo Lkw grün ist. Es weiß. Da. 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 Ich glaub ich fahr grad. Doch da alles war runter. Ja. 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 Fahr. 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 Ja. 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 Ja.